herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch der herr der ringe die spielfilm trilogie alle weiteren informationen zu diesen filmen und im boxinhalt sowie natürlich auch die links zu den filmen und zur box findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung der herr der ringe die spielfilm trilogie wir haben hier mal wieder eine box aus dem bereich film jawohl die drei teile von der herr der ringe hat man hier in dieser box zusammengefasst wir haben hier das boxcover mit dem klassischen schriftzug darunter dann runen hier und das ganze ist dann auch hier in seiner regenbogen optik also es fällt hier wenn man licht drauf scheinen lässt hier in unterschiedlichen farben aus das cover alle farben des regenbogen hier mit am start oben ebenso unten genauso auf den seiten natürlich auch also komplett hier das cover in dieser optik auf der rückseite haben wir dann noch mal alle drei filme kurz im detail also wer hier mit beteiligt war wer das ganze produziert hat und so weiter also quasi die credits hier in kurzform zu allen drei filmen dann gibt es hier noch einen barcode und dann würde ich sagen schauen wir mal rein wir haben hier die drei filme hier sehen wir es so sieht es aus und auch noch ein dünnes booklet mit dabei so das sind die filme und das ist das booklet die box ist aus einem stabilen karton machen wir mal zur seite so also wir haben hier die filme natürlich teil 1 die gefährten teil 2 die zwei türme und teil 3 die rückkehr des königs wir starten als erstes mal mit diesem booklet hier und zwar wo geht das hier auf genau also hier geht es los hier lesen wir disk 1 ist die blu ray der herr der ringe die gefährten ok dann haben wir auch noch disk 2 also eine dvd mit entsprechenden bonusinhalten dann haben wir disk 3 das ist die blu ray zu die zwei türme dann haben wir disk 4 die dvd mit den ganzen bonusinhalten disk 5 mit dem film die rückkehr des königs und dann disk 6 auch wieder hier dvd mit bonusinhalten ja also hier gibt es echt einiges zu sehen sechs disks gesamt drei blu rays und drei dvd wir starten natürlich mit teil 1 in diesem fall so der herr der ringe die gefährten ab zwölf jahren freigegeben so sieht das aus auf der rückseite haben wir hier einmal die inhaltsangabe und dann auch noch die infos was sie auf den disk befindet also auf disk 1 natürlich der film plus ein usa kinotrailer und dann haben wir auf disk 2 die ganzen bonusinhalte technischen details und dann schauen wir mal rein auch hier gibt es noch booklets aber das sind die beiden inhalte einmal hier links die dvd mit den specials und rechts dann der film auf blu ray wir haben hier dann noch einen flyer weitere blu rays werden hier beworben und scheinbar auch ein spiel ein video spiel ok und dann gibt es hier noch generell so eine info zu blu ray discs von warner home video ja das erspare ich euch jetzt mal im detail wir machen weiter mit der nächsten hülle das ist in diesem fall dann diese hier der herr der ringe die zwei türme auch hier wieder ab zwölf jahren freigegeben das größte kinomärchen unserer zeit hier ist ein untertitel ok den gab es vorher auch habe ich überlesen und zwar lesen wir hier ausgezeichnet mit vier oscars also die gefährten so hier das größte kinomärchen unserer zeit das ist die seite und auf der rückseite natürlich auch wieder inhalt dann was sich auf den beiden discs befindet technische details so und natürlich auch hier wieder links die dvd mit den specials also mit den bonus inhalten und rechts dann der eigentliche film auf blu ray und dann haben wir natürlich auch noch teil 3 das ist dieser hier die rückkehr des königs auch hier wieder ein untertitel ausgezeichnet mit elf oscars inklusive bester film 2003 ja sind ja in drei aufeinander vollenden jahren erschienen also die gefährten 2001 dann die zwei türme 2002 und die rückkehr des königs in diesem fall 2003 so und auf der rückseite natürlich inhaltsangabe inhalt der discs und weitere infos und auch hier dann wieder links die specials also diese bonus dvd und rechts der film auf blu ray jawohl das war es soweit wir fassen zum abschluss noch einmal kurz zusammen was sich alles in dieser box befindet einmal zweimal dreimal die filme also die komplette herr der ringe trilogie jeweils auf blu ray plus eben pro teil auch noch eine bonus dvd mit weiteren inhalten und diesem booklet hier ja das alles in dieser wunderbaren box der herr der ringe die spielfilm trilogie mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von den filmen beziehungsweise der box schreibt es in die kommentare und wenn ihr das ganze feiert falls ihr der herr der ringe unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt euch auf ciao